Vor drei Milliarden Jahren entstanden die ersten Pflanzen auf unserer Erde, die Mikroalgen. Ihr unvergleichlicher Vitalstoffreichtum hat sich bis heute erhalten und ist damit für die Menschen von einzigartiger Bedeutung. Durch alle Dürren und Eiszeiten überlebten die Mikroalgen Milliarden von Jahren, dank eines Schutzschildes, den sie selbst produzieren und der heute als effektivster natürlicher Schutzschild bekannt ist, dem Antioxidant Astaxantin. Antioxidantien sind natürliche Vitalstoffe, die effektiv sogenannte freie Radikale im Körper neutralisieren, die durch Nikotin, Alkohol, Stress, Medikamente, Umwelteinflüsse und schlechte Ernährung entstehen und sonst schwerwiegende Krankheiten wie Krebs, Arterienverkalkung, Rheuma, Leberschäden, Osteoporose, Arthritis oder Arthrose verursachen können. Astaxantin wird aus der Grünalge Hematococcus pluvialis gewonnen und ist heute als das stärkste Antioxidant der Welt bekannt. Astaxantin ist völlig unvergleichlich, denn es ist bis zu 50-fach stärker als Beta-Carotin und sogar bis zu 550-fach stärker als Vitamin E. Astaxantin ist ein Geschenk der Natur. Wir wissen heute, dass wir uns durch Vitalstoffe und speziell durch Antioxidantien effektiv gegen die schlimmsten Erkrankungen schützen können. Astaxantin übertrifft alle bekannten Antioxidantien bei weitem in seiner Effektivität. Wellstar International ist es mit Green Gold Immune als erstes Unternehmen gelungen, um diesen natürlichen Vitalstoff eine hocheffektive Wirkstoffkombination zu entwickeln, die durch ein ganzheitliches Drei-Phasen-Konzept, Reinigung, Versorgung und Schutz der Körperzellen, die optimale Gesunderhaltung des Körpers ermöglicht. Phase 1 – Reinigung Die Chlorella-Alge ist ein weltweit anerkannte Entgiftungsexperte, der die Körperzellen selbst von giftigsten Ablagerungen reinigt und somit sicherstellt, dass sie nicht frühzeitig altern und absterben. Phase 2 – Versorgung Die Spirulina- und Lithotamnium-Algen nähren die Körperzellen mit einer Rekordmenge von über 4000 Vitalstoffen. Diese Schatztruhe der Natur beinhaltet alle wichtigen Vitamine, Enzyme, Mineralien und Eiweiße, die notwendig sind, damit unser Körper mit all seinen Organen einwandfrei und gesund funktionieren kann. Phase 3 – Schutz Das natürliche Astaxantin der Hämatococcus pluvialis-Mikroalge sorgt als stärkstes bekanntes Antioxidants für einen Zellschutz der Extraklasse. Freie Radikale werden effektiv bekämpft und unser Körper erhält den stärksten bekannten Schutz dieser Erde. Das Drei-Phasen-Konzept von Immune ist wirklich einzigartig. Und die Wirkstoffe der drei Phasen arbeiten jeweils auf Rekordniveau. Immune ist das Vitality-Produkt der Zukunft. Ich empfehle es wirklich jedem Menschen. Green Gold Immune – ganzheitliche Vitalität mit der patentierten Drei-Phasen-Wirkung. Zellreinigung, Zellversorgung und schlussendlich optimaler Zellschutz. Alles auf Rekordniveau und durch natürliche Vitalstoffe. So bleiben Sie effektiv vital und gesund bis ins höchste Alter. Green Gold Immune – jetzt erhältlich exklusiv bei Wellstar International. Schöne abgelehnt. Erkischung. Drei-Phasen-Wirkung.